Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld zu einem weiteren Update. Heute kehren wir hinter den Bahnhof, hinter die Gleise zurück, dort wo noch eine riesengroße Lücke klafft. Ihr seht, da stehen schon oder liegen schon ein paar Steine bereit, die habe ich extra für das heutige Update besorgt. Sehr, sehr viel in Medium Nougat und in Dark Ten, denn wir werden an der Stützwand hier hinter den Gleisen weiterbauen, damit es da mal ein bisschen weiter geht und zudem auch an dem nächsten Gebäude weiterarbeiten beziehungsweise daran überlegen, wie das Ganze aussehen soll. Also heute fließen Menge, Menge Steine hier rein, bleibt dabei. Auch heute starten wir damit, dass wir erstmal wieder zwei Baseplates auslegen, das sind 32x32er Baseplates und hier kommen jetzt erstmal Dark Bluish Grey, also dunkelgraue Plates drunter, weil wir nämlich das Ganze hier an unserem Gleisen befestigen. Das ist einfach zwar die Modulgrenze, aber das Gleis steht ein bisschen über. Dann sieht die ganze Geschichte so aus. Ihr seht, das ist der Bereich, den wir heute komplett nach oben bauen. Das sind vier von diesen Modulen und hier ungefähr das, was schon steht. Das ist ungefähr der gleiche Bereich, auch vier Module. Das heißt, wir wachsen hier ein bisschen weiter nach rechts, fast bis an die Grenze, an der wir mit den Bahnsteigen schon sind. Und dann fangen wir an, hier unmäßig viele von diesen Jumperplates draufzubauen, denn die Mauer ist so eine halbe Noppe versetzt und das geht tatsächlich nur, indem wir hier Unmengen an kleinen Jumperplates draufsetzen. Hier in dem Fall eben in Dark Ten, also in diesem dunkelbeige. Ihr seht auch, dass ich hier schon ein bisschen den Bereich verschönert habe, der zwischen Mauer und Gleis ist, hier alles aufgefüllt habe. Und dann kommen jetzt erstmal hier diese Slope-Stützen rein, die sagen, die Wand halt. Die Geschichte dahinter ist einfach, dass hier jede Menge vom Berg abgetragen wurde, um eben dafür zu sorgen, dass der Bahnhof hier mit seinen Gleisen unten hineinpasst. Kennt man ja ab und zu. Und dann wird hier mit sehr, sehr vielen Mauersteinen aufgebockt sozusagen. Und wir haben hier noch diese Modified Bricks. Das sind die mit den Noppen an der Seite. Da seht ihr auch gleich, wofür die da sind. Das ist jetzt einfach das gleiche Prinzip, das wir schon öfters gemacht haben. Ich zeige es euch hier nur nochmal, damit ihr so ein bisschen dabei sehen könnt, wie viele Steine in so einen einzelnen Abschnitt kommen. Hier, das wird jetzt draufgeklippt sozusagen. Das ist eine Plate mit ein paar Fliesen obendrauf. Und dann obendrauf kommt jetzt noch dieser Bogen sozusagen. Und dann ist das im Prinzip grundlegend fertig. So sieht es aus, wenn alle vier neu hinzugekommenen Bögen, sage ich jetzt mal, hier dran sind. Das sieht auch unten, dass wir jetzt bis an den Bogen ran fertig sind. Graffiti habe ich jetzt hier noch nicht eingebaut. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt eigentlich überall Graffiti haben möchte oder nicht. Das können wir aber notfalls immer noch nachträglich ändern. Dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Von der anderen Seite sieht man jetzt tatsächlich einen relativ großen Unterschied. Nämlich, dass hier der Bereich von hier bis hier hinzugekommen ist. Das kompliziert das Ganze hier nochmal ein bisschen. Es fehlt noch ein bisschen was nach links. Aber das sind jetzt vier Bögen, die wir hier hinzugebaut haben. Die kosten übrigens ungefähr steinetechnisch 50, 60 Euro. Und hier seht ihr den Bereich, an dem ich jetzt weiterarbeiten möchte. Und zwar möchte ich den oberen Bereich weiterarbeiten, wo auch der Weg ist. Das schauen wir uns gleich nochmal an von der anderen Seite. Und da seht ihr schon rechts diesen roten Block. Das ist das Gebäude, das nächste. Und da werden wir auch ein bisschen weiter bauen und planen. Und schon sind wir zurück. Und auch hier wird jetzt erstmal nochmal ein bisschen höher gebaut. Denn die Wand muss noch ein bisschen erhöht werden mit diesen Mauersteinen. Damit wir hier weiter bauen können. Auch hier kommen jetzt nochmal diese Jumperplates rein. Weil wir nämlich diesen halben Noppe, die wir ja zurückgegangen sind, jetzt wieder nach vorne gehen müssen, um wieder im normalen Grid zu erscheinen. Das ist einfach nur, damit es ein bisschen hübscher aussieht durch diesen halben Versatz. Darauf kommen jetzt nochmal Mauersteine. Hier haben wir in dem Fall eben Dark Ten, also Dunkelbeige. Und darauf kommen jetzt verschiedene Steine drauf. Einfach als Schmuckelemente, sag ich jetzt mal. Und darüber wird dann jetzt noch die Lücken geschlossen mit diesen abgerundeten Steinen. Und so geht es dann im Prinzip jetzt rechts weiter nochmal. Da werden wir jetzt auch nochmal weiter aufbocken, sag ich jetzt mal, mit den Mauersteinen. Ist einfach ein Ding ist an Arbeitszeit und Bauarbeit. Also es fließen sehr, sehr viele Steine. Jetzt heutige Update. Weil es einfach eine Sache ist, die ist mehr Fleißarbeit. Aber es geht auch darum, dass wir hier gleich nochmal ein bisschen testen können, überlegen können, was wir eigentlich mit diesem Gebäude hier, das hier schon ganz, ganz grob im winzigen Teil angefangen ist, wie es hier mit dem Gebäude über den Gleisen weitergehen soll. Nachdem wir ja das Gebäude mit der Grundschule fertig haben. Und so seht ihr, das ist jetzt die aufgebockte Arbeit, um jetzt hier den Weg weiterbauen zu können. Das ist sozusagen der Blick von hier oben runter auf die Gleise. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen herumschwenken, seht ihr, dass hier im Prinzip einfach die ganzen Schmuckelemente oben weitergeführt wurden mit dem Geländer. Und ihr seht, wie weit es da nach hinten noch ist. Also da ist noch einiges, einiges in den nächsten Wochen und Monaten vermutlich zu tun, um hier den Bereich weiter voranzutreiben. Die andere Sache, die ich jetzt mir überlegt habe, ist, dass wir hier das Gebäude, das geht ja hier weiter, hier ist ein Weg, der im Prinzip zu den Gleisen führt, zum Bahnhof, dass wir hier versuchen, das zu über, ja, eine Art, das Gebäude ein bisschen nach vorne zu ziehen. Dass wir hier Pfosten hinbauen auf dieses Geländer und das Gebäude dann ein bisschen weiter im nächsten Stock, ein bisschen an die Grenze geht. Und dann sieht das ganz, ganz grob jetzt so aus. Das ist einfach jetzt nur eine Idee von mir. Ich habe jetzt hier weiße Mauersteine benutzt. Ich hatte ursprünglich getestet mit diesem dunkelroten, aber es beißt sich unglaublich mit diesem dunkelbeige. Also habe ich jetzt die Mauersteine in weiß genommen. Oben drüber, im nächsten Etage würde ich dann wieder mit rot weitermachen. Aber ich glaube, dass das deutlich besser aussieht, wenn man das Ganze so macht. Das ist dann sozusagen hier unten der Weg durch. Rechts, die große Öffnung, wisst ihr wahrscheinlich noch, ist dann die angedachte Tiefgarage. Und das wäre dann das nächste Gebäude. Von der anderen Seite sieht es mal untern so aus. Man sieht jetzt noch nicht viel. Ist ja Planungsphase jetzt, weil ich auch eure Meinung dazu hören möchte. Aber so im Prinzip würde ich jetzt hier vorne das mit den Pfosten machen, damit eben das Gebäude an sich noch ein bisschen mehr Platz bekommt. Und dann würde ich ungefähr bis hier vielleicht, bis hier, oder vielleicht auch bis hier das Gebäude und dann relativ weit hoch. Das ist dann so ein altes Backsteingebäude. Da gibt es dann auch einige Ideen. Ganz oft gab es schon die Idee, dass man hier vielleicht ein Fitnesscenter mit einbaut. Aber da hätten wir natürlich noch andere Ideen. Büroräume etc. Hier nahe an den Gleisen. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Ideen ihr hier für das Gebäude haben hättet. Und auch, was ihr von der ganzen Sache haltet. Ansonsten, das wäre dann so der Blick hier unten nach oben. Da müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass da hinten das Gebäude ist. Weil die Idee ist ja, dass die ganzen Querschnittsgebäude da hinten so ein bisschen dafür sorgen, dass das hier bei den Gleisen ein bisschen städtischer aussieht. Ich will jetzt nicht, dass da hinten jetzt nur diese Stützmauer ist und dann sozusagen Freiraum und die Wand vom eigentlichen Raum kommt, sondern dass wir so ein bisschen eingebettet sind, so wie da hinten mit dem Gebäude der Grundschule. Das ist ja inzwischen schon fertig. Und da kommen, wie gesagt, noch weitere Gebäude. Das nächste wird eben weiß und hauptsächlich mit dark red Buckstein. Und dann können wir mal schauen, wie wir dann weiter nach links vorangehen werden. Ich bin auch nicht sicher, ob ich die Mauer bis nach da hinten ziehe oder ob ich hier dann irgendwann wieder mit Gestein anfangen sollte, um so ein bisschen nicht ewig diese Mauer zu haben. Da könnt ihr mir auch eure Meinung, eure Ideen dazu schreiben, denn das werden wir auch in absehbarer Zeit dann mal angehen. Da wird wir hier einfach mal bis zur Tischkante vorankommen und der ganze Bereich, der ganze Blick hier dann in absehbarer Zeit nochmal sich ganz verändern wird. Ansonsten, wir haben einiges an Steinen verbaut. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.